Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen hier vor einem Haus in Florida mit Canal View, das zum Verkauf steht, aber bestimmt nicht lange. Es kostet nur 1.088.800 US-Dollar. Die Hauspreise steigen in Florida wieder. Was vor kurzem noch zu unglaublichen Preisen angeboten wurde, ist heute dafür nicht mehr zu bekommen. Unsere Florida-Preise sind aber für Europa-Verhältnisse immer noch unglaublich günstig und sicher eine der besten Geldanlagen. Dieses Haus hat 6 Schlafzimmer, 6 Bäder, ein Wohnzimmer, eine Küche, außerdem ein Pool und eine 3K-Garage. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank.